Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum gehen wir zwei nicht einen schönen doppelten Espresso trinken? Mit Mami? Nein, nein, diesmal nur wir beide. Margot ist da. Du meinst unsere Margot? Die Margot von zu Hause? Die Margot? Maisy möchte der Klasse gern etwas Wichtiges sagen. Das ist mein neuer Stiefvater. Hi. Mein Vater hat mein Kindermädchen geheiratet, also wollte das Gericht, dass Mami auch heiratet. Sie sind der neue Ehemann. Ja. Viel Glück. Wo ist Margot? Na ja, vielleicht macht sie einen langen Spaziergang. Ich kenne jemanden, der hier arbeitet, also kann ich vielleicht einen Tisch organisieren. Weißt du, du bekommst keinen Bonus dafür, wenn sie sich in dich verliebt. Also, was macht ihr beiden mit meiner Tochter? Wir kümmern uns, während du auf Tour bist. Du hast sie nicht verdient. Jetzt greift das ein. Margot ist es ein bisschen hart jetzt, wo ihre Mutter weg ist. Du magst ihn wirklich, oder? Ich hab ihn lieb. Du weißt, wer deine Mutter ist, oder? Du. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.